Ja, man sieht nach der Angegen der Tiefelstattel in der Nähe. Allein ganzes Strick vom Atika Racing Team auf den ersten Metern. Rechts vor Fahre auf der Drei. Da geht es doch nicht so früh durch die Schikane. Da kann man doch nicht so früh einlenken. Erneut Überschlag in der Kurve bei der Schikane. Das ist der Wahnsinn. Links vor Fahre setzt sich in diesem Fall durch und bleibt auf der Strecke. Die Tiefelstattel sind noch wieder zurückgekommen. Die Tiefelstattel sind noch wieder zurückgekommen. Auf der Strecke. Auf dem zweiten Platz. Der Maximea in der Schikane. Das sieht jetzt sehr, sehr gut aus für Maximea. Und für die Stadt Nummer 402. Und das ist sehr schwer zu erkennen, dass der Transfahrzeug der Teufel oder wer auch immer da drin unterwegs ist, Das ist nicht zuzuordnen. Die letzte Runde wird angezeigt für die Wüter. Und auch für Strong Bulldog. Und auch für das Fahrzeug, was hier ohne Unterricht ist. Die Wüter-Rummer, der unterrichtend ist. Nummer 15 könnte das sein. Nummer 15, stockwärtig Extreme. Artica Racing hat souverän gewonnen. Auf Platz 1, die Wüter auf 2, Strong Bulldog auf der 3. Und da müsste das stockwärtig Extreme auf der 4. Position sein. Hier in der 80 PS-Klasse. Trabantuna!